Auf diese Weise werden wir einen ganz neuen Zweig innerhalb der Medizin kreieren. Ich versuche die lebendigen Seelen von Patienten zu erreichen, deren Gehirn nicht mehr aktiv ist, indem ich direkt auf das Gehirn einwirke. Aber bevor ich Tests mit echten Patienten mache, muss ich paranormale Methoden anwenden. Du bist ein Medium, im Gegensatz zu den meisten Wissenschaftlern. Du weißt, dass du ein paar echte Ergebnisse liefern musst, oder? Es wird wissenschaftlich sein, sobald ich meine Theorie bewiesen habe. Nimm die Hand deiner Schwester. Öffne deine Augen. Ich habe zu viel Angst. Ich muss einen Bericht darüber abliefern, was wir hier tun. Man erwartet einen technologischen Durchbruch von uns. Und du lieferst mir das hier? Das Wesen, das mich verfolgt ist. Es ist hier im Zimmer. Es sieht sich an. Was siehst du? Ich weiß genau, wie wir hier weiter vorgehen müssen. Stopp! Ich denke, du bist auch mal ein bisschen verstanden. Vergib mir. Bitte, vergib mir.